Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute mit einer App von EA, also Electronic Arts. Wir zocken heute DSIMS Freeplay. Die App kennt ihr vielleicht schon bereits, die gibt es schon seit längerer Zeit, aber wir werden sie jetzt heute zum ersten Mal testen. Wir starten mit DSIMS Freeplay. Hättet ihr denn Lust vielleicht auch auf ein Let's Play DSIMS 4? Was sagt ihr dazu? Jetzt nicht als App, sondern auf PC? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, dann können wir das vielleicht auch mal machen. Wir sind auf eure Meinung gespannt. So, DSIMS Freeplay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Wer hat denn schon mal irgendein DSIMS Teil gespielt? So, Erstellung und Steuerer, eine ganze Stadt voller Sims. Ja, die Sims, das sind die Menschen, die in diesem Spiel leben. Im Moment scheint alles ruhig zu sein. Du wirst es der Stadt leben einhauchen. Erst einmal musst dein erster SIM in die Stadt ziehen. Das stimmt. So, das werde ich sein, glaube ich. Ich werde den vielleicht so gestalten wie mich. Also, Geschlecht, bitte männlich. Wow, das sieht ja komisch aus. So, ich heiße Kahn. Nachname. Kahn. Kahn, ja. Kahn, Kahn heißen wir. Kahn, Kahn. So, Hautfarbe. Ja, ich würde so sagen. Ich glaube schon. Ist ein bisschen zu hell. Ja, ein bisschen zu dunkel. Ja, das würde passen. So. Nein. So, das sind jetzt hier die Merkmale. Einen Moment. Hallo. So, das will ich auch, dass das groß geschrieben wird. Okay. So. Mal zurück. Wir machen jetzt erstmal die Haare. Vielleicht so? Nein. So, auch nicht. Ein Afro. Na, würde auch nicht schlecht aussehen, aber den habe ich nicht. So, auch nicht. Lange Haare habe ich auch nicht. Also, ich glaube, am ehesten passt noch sowas hier. Ja, ich glaube sowas noch am ehesten. Gehen wir zurück. Machen wir den Kopf. Nein. Hm. Die Haare sehen schon echt komisch aus, muss ich sagen. Machen wir mal so. Ja. Hüte. Ich laufe ja oft mit einer Mütze rum. Hier können wir den auch drehen. Oh, die sieht ja witzig aus. Was ist das denn? Wer läuft denn so rum? Also, ich nicht. Ja, vielleicht mache ich mal. So, vielleicht hier mit einer Käppi? Nee. Hm. Vielleicht so eine. Ja. So eine trage ich auch ab und zu. So, Augen. Hm. Sind ja eher so dunkelgrün. Nee, nicht so. So auch nicht. So auch nicht. Wow. Das ist ja komisch aus. So, nehmen wir mal eher die hier. Okay, Oberteile auf gar keinen Fall. Oh, das sieht ja cool aus. Oder das? Oh Mann, hier gibt es ja echt viel. Wie stylen wir uns denn? Wie würde ich denn gerne aussehen? Hm. Mit Anzug ganz bestimmt nicht und als Feuer wäre man auch nicht. Ich glaube hier oben, die haben schon ganz gut gepasst. So was hier. Das sieht doch cool aus. Aber die Hose passt noch nicht. Dann nehme ich so eine coole Jeans, Leute. Wow. Ist ja super eng. Nee, die auch nicht. Also ich brauche nur normale Jeans. Na, die sieht doch cool aus. So, und Schuhe, welche nehmen wir denn da? Gibt es ja echt eine Menge. Ja, die passen nicht. Ach, das sieht ja witzig aus. So, Sport, Schuhe? Nee, auch nicht. Äh, die sehen ja komisch aus. So, dann nehmen wir doch die hier. Ich finde die passt noch ganz gut. So, okay. Also, so sieht der Kahn aus. Möchtest du mit diesem, diesen, ja, mit diesem Sim möchten wir starten. Sim, Sim, Sim. Hört sich an, wie Karten-Sim. Okay, so, schwenke die Kamera. Ah, so, okay. Unser Sim ist schon da. Drehe die Kamera. Gut gemacht. Zoome heran. Machen wir doch gerne. Doch, nee, können wir nicht. Zoome weg. Also jetzt werden hier die ganzen Grundfunktionen erstmal beigebracht. Toilette kaufen. Ja, wichtig. Das ist das Tutorial. Noch, das war eine lange Fahrt in die Stadt. Ohne Pinkelpausen. Okay, dann kaufen wir uns als erstes mal eine Toilette. So, aktive Aufgaben. Eine. So, das blinkt hier irgendwie. Badezimmer. Wir brauchen eine Toilette. Die kriegen wir gratis. Die packen wir wohin? Möchte ich hier in die Ecke. Aber ein bisschen andersrum. Ja, genau, in diese Richtung. So, Toilette ist gekauft. Sehr gut. Sehen wir mal, man muss eingeweiht werden. Ja, gut. Ja, gut. Dann müssen wir die jetzt erstmal auch benutzen. Toilette benutzen. Dann machen wir das. Und ich muss auf Klo. Ne? Hier. Typisch. Sim. Oder Sims. Alles verpixelt. So, okay. Raus freigestaltet. Kaffeemaschine. Schlafmützenbett. Okay. Unzufriedene Sims erhalten. Nur die normale Menge inspirierte Sims erhalten. Haufenweise. Okay, alles klar. Toilette aufsuchen habe ich gemacht. Hände im Ha... Keramikwaschbecken. So, dann bitte einmal die Hände waschen. Ne, hier. So, auch die Hände haben wir gewaschen. Sauberer Hände, aber es fühlt sich toll an, aber irgendwie wieder eine Zeit zum Renovieren. Wähle im Haus nur Räume. So. Räume. Sehr gut. Okay. Möchtest du einen Raum bauen? Ja, ich möchte eigentlich einen Raum bauen. Okay. Kostet uns nichts. Ein Zimmer vergrößern. Jetzt können die Sims wirklich die Beine ausstrecken. Verpasst du dem Haus einen neuen Look besuche. Den Homes und Wille. Register Böden. Okay. Okay. Die weiß markierten Wände. Nein, will ich nicht. Okay. Möchtest du einmal? Hä? Ja. Ich wollte jetzt aber Böden eigentlich. Ach da. Welchen Boden nehmen wir denn? Äh, haben wir überhaupt... Der Dings, finde ich, ist... Ich möchte keinen Teppich. Ich möchte eigentlich Laminat oder sowas. Gibt es das hier noch nicht? Ne, Fliesen und so kann ich noch nicht. Ich kann hier nur diese Sachen. Hm, beiger Teppich. Boden, dunkler Holz, Mond, heller Holz. Hm, wir nehmen, glaube ich, erstmal... Ich nehme erstmal beigen Teppich. Hm? Ja, ich möchte beigen Teppich, bitte. Wow. Ach, das pro Quadratmeter. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon. So, jetzt brauchen die noch eine Tapete. Ne, warte mal. Ich will jetzt hier aber auch nochmal beige Teppich. So, das passt. Hier bleiben die Fliesen. So, und das waren jetzt Wände. Hm, wir machen mal einen weißen Anstrich. So, Level 3 ist sehr gut. Okay, auch eine Tapete haben wir hinzu. Wir haben eine Lampe kaufen. Okay, dann kaufen wir uns doch mal eine Lampe. Hm. Hm, kommt vielleicht hier so neben das Bett. 250. Kannst du da aber eine Menge, du? Die Lampe ist toll, aber irgendwas stimmt mit dem Chi des Raums nicht. Ich tippe den Homestore-Button. So, wo muss ich drücken? Hä? Was? Ach, Umzug und... So, wo muss das denn jetzt hin? Hier vielleicht hin? Aufgabe, okay, einfach mal ein Objekt verstehen. Äh, Sim nicht sicher, ob das passt. Liegt es an seiner Kerne, der wohnen sollst du nach dem Verlass den Homest? So, einen Kleiderschrank brauchen wir. Kleider, Kleidung ansehen. Ah, okay, können wir jetzt Kleidung kaufen? Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube schon. Ich glaube, wir können zum Beispiel... Ah, wir können hier einfach wechseln. Okay, ich verstehe. Okay, du hast keinen Erinnerung, keine Verwunderung. Ja, okay, geben wir ihm vielleicht ein anderes Oberteil. Vielleicht jetzt mal eine grüne Jacke. So. Aber echt gut. Also auch beim Preplay schon ziemlich cool. Bett kaufen. Oder Beet. War das ein Beet oder Bett? Ah, ich glaube ein Beet. Sorry. Also Beet kommt einmal hier hinten hin. Wollte ich hier hinten haben. Großartig wäre das jetzt mit ein bisschen Gartenarbeit. Gut, ein paar Paprika. Unser Sims erledigt das schon. So, und wir können uns dementsprechend jetzt auch noch andere Sachen angucken. Wie sieht es denn mit anderen Bäumen oder Pflanzen aus? Nee. Da brauche ich gerade nichts. Wie sieht ein Badezimmer aus? Okay, das kann auch so bleiben. Lampen. Vielleicht nehme ich nochmal eine Lampe. So, was hier. Nee. Noch ein so Ding. Vielleicht. Hier rein. So, okay. Wir haben jetzt Paprika. Sehr gut. Level 4. Leute, wir sind angekommen in der Sim-Stadt. Eben war der Postbote auch da. So. Können wir jetzt da hin. Holen. Okay. Alles klar. So. Hier wird das Algebot. Gut. Gut. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Was denn, wenn wir unseren Sims hier holen? So. Kahn, komm mal hier vorne hin. Verabschiede dich doch mal von den Gästen. Für heute. Eine aktive Aufgabe. Okay. So. Okay. Dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal hier mit die Sims weiter, Leute. Mit dem Kahn. Also mit mir. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es doch in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt. Daumen nach oben, Leute. Gar kein Problem. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.